MKR, das Magazin. Alles rund um Kirche, Glaube und mehr. Aus dem Erzbistum München und Freising. Heute mit Katharina Sichler. Italien ist für mich, wie für viele andere, eines der Lieblingsurlaubsländer. Und die Stadt Rom, die steht da bei mir ganz oben auf der Liste. Ich habe auch richtig Lust, mal wieder da hinzufahren. Mir das Kolosseum anzuschauen, Forum Romanum und natürlich den Vatikan zu besuchen. Wer schon mal dort war, der hat bestimmt auch diese Soldaten mit den gelb-blau-rot gestreiften Uniformen stehen sehen. Und das ist die Leibgarde des Papstes, die sogenannte Schweizergarde. Ein besonderer Beruf mit einer faszinierenden Geschichte. Über 500 Jahre schon wacht die Schweizergarde über den Vatikan und den Papst. Es ist eine ehrenvolle Aufgabe, die auch Heinz Egli seit über 20 Jahren ausübt. Er steht dem zweiten Geschwader vor und ein Teil der Schweizergarde untersteht ihm als Truppenoffizier. Das ist etwas wirklich Tolles, dass wir Schweizer auch nach dieser über 500-jährigen Tradition immer noch hier sein dürfen und das weiterführen dürfen. Und auch für mich, ich bin mit 22 Jahren gekommen und habe gedacht, ja mal ins Ausland, mal etwas machen für die Kirche, einen Dienst. Aber ich hätte nie gedacht, so lang zu bleiben. Aber es erfüllt mich wirklich mit Stolz und Freude, das tun zu dürfen, für die katholische Kirche hier im Herzen dienen zu dürfen. Ja, das ist wirklich was Tolles und was wir hier erleben, ist einmalig. Klar gehören da auch Bürodienste und Wachen dazu. Normale Dienste. Aber eben besonders. Denn es ist ja immer noch der Vatikan. Um Schweizer Gardist zu werden, gilt es natürlich einige Anforderungen zu erfüllen. Man muss mindestens 1,74 Meter groß sein, bei Eintritt ledig und erstmal für zwei Jahre sich verpflichten. Aber das ist noch längst nicht alles. Also er muss gebürtiger Schweizer sein, 18-Jährig mindestens, sie ist 18 und 30 Jahre alt, Gruppe Leumunde bei der Wohngemeinde, Pfarrgemeinde und beim Polizei, eine abgeschlossene Berufslehre oder Maturität und den Militärdienst in der Schweiz absolvieren. Rekrutiert wird in der Schweiz übrigens so. Eine Gruppe Schweizer Gardisten kommt aus Rom und die fahren dann durch die Kantonen, informieren und führen dann vor Ort Gespräche, also wie so eine Art Auswahltage. Bei Heinz Egli ist das schon viele Jahre her. Er darf noch drei Jahre dienen, bevor er in Rente geht. Denn dann hat er das Maximum von 25 Dienstjahren erreicht. Mehr als genug Zeit, um bleibende Erinnerungen gesammelt zu haben. In den Sommermonaten waren wir in Castel-Gondolfo und früher kamen die Päpste immer einmal zu den Gardisten auch zum Abendessen. Und Benedikt XVI. hat das wieder aufgenommen und da durfte ich auch dabei sein, als er zum Abendessen kam, sowie auch ein anderes Jahr dann mal am Nachmittag zu einem Dessert. Und mit Franziskus durfte ich nach meiner Hochzeit meine Frau vorstellen und hatte auch schon die Möglichkeit, mit ihm und meinem Neugeborenen einmal an einem Tisch Abend zu essen mit den anderen Gästen, aber ganz nah von ihm. Heiraten ist als Gardist übrigens gar nicht so einfach. Man muss mindestens 25 sein, bereits fünf Jahre Dienst geleistet haben und sich für weitere drei Dienstjahre verpflichten. Und da wäre noch mehr. Aber unter Papst Franziskus ist Heiraten schon etwas leichter geworden. Bei der Schweizer Garde im Vatikan dienen. Das bleibt auf jeden Fall ein einzigartiger Mix aus Pflichtbewusstsein, Tradition und persönlicher Ehre. Pauline Erdmann für das MKR. Vor kurzem war ja Maria Himmelfahrt und nicht umsonst werden da Kräuterbuschen gebunden. Denn für Kräuter, die jetzt noch nicht gepflückt sind, ist es allerhöchste Zeit. Ein Kindergarten, der Kräuter sammelt, das ist eher etwas Ungewöhnliches. Meine Kollegin Steffi Schmidt hat aber einen besucht. Hallo Steffi. Hallo Katharina. Steffi, Kindergarten, Kinder und Kräuter sammeln. Erklär mir, wie ist da der Zusammenhang? Wie passt das zusammen? Also das Team des Kindergartens Wilde Wiese, die sind einfach von Kräutern begeistert. Und ich glaube, mit allem, von dem man selber begeistert ist, kann man Kinder auch wunderbar anstecken. Und das macht denen dann auch großen Spaß. Und Kräuter natürlich ist Natur. Man ist draußen, man sieht den Jahreslauf. Man erlebt da ganz, ganz viel. Und am Schluss entsteht in diesem Kindergarten sogar ein Tee. Oh, lecker. Ich bin ja absoluter Tee-Fan. Wer trinkt denn dann den Tee? Die Kinder oder die ErzieherInnen? Ja, beide. Also das ist wirklich ganz süß gewesen, als ich da war. Die haben ganz viele so unterschiedliche kleine Tee-Tesschen. Also hat auch ganz viel Stil, finde ich, diese Tesschen da. Und dann klingt englisch. Klingt englisch, ja. Und dann setzen sich die Kinder zusammen und sind dann richtig stolz auf ihren eigenen Tee. Da tut man verschiedene Kräuter zermixen. Ui, toll. Ui, ja. Das sieht man die auch in der Mitte stehend. Da sind jetzt ein paar Kräuter, die wir in den Tee haben. Gänseblümchen und so weiter. Was sammelt ihr denn da alles und wann? Blütenblätter und so. Und womit fängt es an? Mit den Gänseblümchen. Und die pflückt man dann ab und dann? Tut man sie eben verdrocknen lassen und dann tun man die in den Tee rein. Was habt ihr noch? Gänseblätter. Wann trinkt ihr denn immer so Tee? Also wir trinken jede Woche Tee. Manchmal am Freitag, manchmal am Dienstag. Also immer ein bisschen gemischt. Ja, und so eine Kräuterrunde, die ist ja auch besonders gesund und heilend, oder? Ja, wobei da schon in der Kita der Genuss im Vordergrund steht. Also es soll jetzt nicht geschaut werden. Der Paul, der hat viel öfter Schnupfen. Dann geht man dem, den und jenen Tee. Also das sind jetzt keine Ärzte in der Kita. Es geht da schon einfach darum, um den Kindern da ein bisschen Bewusstsein zu schaffen. Und so dieses Kräutersammeln, überhaupt diese ganze Kräuterwelt, die zeigt auch so ein bisschen die allgemeine Philosophie der Kita, hat mir Erzieherin Petra Wolf verraten. Also wenn man es überspitzt formulieren würde, dann könnte man sagen, unsere pädagogische Arbeit oder unsere Haltung fließt in den wilde Wiesentee mit hinein. Weil genauso wie wir den Kindern viel Achtsamkeit und Aufmerksamkeit schenken und jedes Pflänzchen seine eigenen Bedürfnisse und seine eigenen Besonderheiten hat, Genauso nehmen wir die Kräuter, die Wildkräuter, die Pflanzen im Garten wahr. Manche, die stechen hervor durch besondere Leuchtkraft. Andere sind völlig unscheinbar. Aber hinter jedem steckt einfach eine Besonderheit und viel mehr, als man denkt. Man denkt nur ans Gänseblümchen. Das Gänseblümchen gibt es haufenweise. Aber wenn man sich bewusst macht, dass das Gänseblümchen vor kurzem Heilkraut des Jahres war, genauso ist es bei den Kindern. In jedem steckt was Besonderes drin, dass es hervorzulocken, zu entdecken und einfach wertzuschätzen gibt. Kräuter in der Kita, darum geht es in dieser Woche im Kita-Radio. Heute nach dem Gottesdienst um 19 Uhr hier bei uns im MKR und natürlich überall da, wo es Podcasts gibt. Heute starten wir hier bei uns im MKR mit einer kleinen Serie. Und zwar wird es darin um die Experten in Sachen Bildung gehen. Und zwar die katholischen Bildungswerke bei uns im Erzbistum. Seit Jahrzehnten sprechen sie die Menschen mit ihren Angeboten an. Von der Mutter-Kind-Gruppe bis hin zur Klimaausstellung. Kurz und prägnant wollen wir in den kommenden Wochen vorstellen, was diese Bildungshäuser zu bieten haben und wofür sie stehen. Den Auftakt, den macht das Bildungswerk Rosenheim. Das Bildungswerk Rosenheim. Ideen und Ziele. Mein Name ist Markus Roth. Ich bin der Geschäftsführer des Bildungswerks in Rosenheim. Was das Bildungswerk vielleicht abhebt und vergleicht zu den anderen 13 Bildungswerken, ist zum einen unsere Geschichte, dass wir schon seit 1945 aktiv sind. Seitdem ist uns ein wichtiger Auftrag, die politische Bildung in die Gesellschaft hineinzutragen. Am Puls der Zeit zu sein und gerade dahin zu schauen, neben den theologischen Themen, neben den Familienthemen, neben auch politischen Themen, was heutzutage gerade wieder sehr aktuell ist, Rassismus, Mobbing, Antisemitismus und die ganzen Themen, die da sind, tragen wir seit 80 Jahren für die Stadt und den Landkreis Rosenheim vor uns her. Das Programm. Für jeden was dabei im Bildungswerk Rosenheim. Neben der Familienbildung, die auch bei uns sehr stark ist, haben wir eine starke theologische Bildung, die sehr stark daran orientiert ist, nicht nur Themen wie Bibelkreise darzustellen, sondern wirklich mit und für die Gemeinden zu arbeiten. Liturgische Grundkurse, Erstkommunionunterstützung, also wirklich zu gucken, dass theologische Bildung nicht nur zentral vor Ort, hier im Bildungszentrum, sondern eben in den Gemeinden stattfindet. Da sind wir sehr stark. Wir haben das gesellschaftspolitische Forum bei uns, Zusammenschluss von einigen Playern hier in Rosenheim, wo wirklich Themen, die für die Stadt Rosenheim, Landkreis Rosenheim wichtig sind, gerade entscheidbar, zum Beispiel MVV-Beitritt, damit man sowas anschaut, aber eben auch die ganzen Themen wie Demokratie, Bildung, US-Wahlen haben wir jetzt in der Veranstaltung, diese ganzen Themen auch nochmal stärker herauszustellen. 2024. Die Highlights im Bildungswerk Rosenheim. Was vielleicht so ein Highlight ist, ist so der Versuch, mal Kunst, Kultur und ein zweites Thema zusammenzubringen. Da haben wir sozusagen zwei Beispiele. Einmal Krippenspiele. Klingt erstmal unspektakulär, aber wir werden eben einen Krippenspielkurs etablieren, wo es darum geht, was Highlight spielt für die Leute, die es zuschauen, aber auch für die Kinder, Jugendlichen, die da spielen. Und wie kann man da theologische Bildung ein bisschen mit verknüpfen, also Kunst und Theologie. Und zum Zweiten eine Band, No Limits. Wir sagen, mit der Musikschule Rosenheim gucken wir, dass ältere Menschen mal eine Band gründen und da wieder aktiv werden können, nach 40, 50 Jahren vielleicht wieder ihre E-Gitarre auspacken und dann gemeinsam Musik machen und sich dann noch als Teil der Gesellschaft gut verstehen können. Da eben so Seniorenbildung und Kultur auch zusammenzubringen. Also wir freuen, wenn Sie uns einmal besuchen würden bei den vielen Veranstaltungen, die wir anbieten, sei es hier in Rosenheim im Bildungszentrum oder auch in den Mitgliedseinrichtungen oder Vereinen in Stadt- und Landkreis Rosenheim. Das Wetter, das wird wieder stabiler und es ist eine gute Zeit, um zu planen, was man dann alles so am Wochenende machen könnte. Mein Kollege Willi Witte hat ein paar Tipps. Das Rosenheimer Herbstfest und das Oktoberfest stehen praktisch schon vor der Tür und deshalb heißt es jetzt, sich nach Trachten umschauen. Beste Gelegenheit dazu ist der Second-Hand-Markt mit Dirndl und Tracht im Eine-Welthaus in München. Die Hilfsorganisation Aktion Hoffnung bietet eine Auswahl von mehr als 2000 Dirndl, Blusen, Schürzen und Lederhosen. Mit seinen Kleidermärkten unterstützt das Hilfswerk Entwicklungsprojekte in Afrika, Südamerika, Asien und Osteuropa. Der Eintritt zum Second-Hand-Markt ist frei, am Freitag und Samstag von 12 bis 18 Uhr im Eine-Welthaus in der Schwantaler Straße. Helden faszinieren die Menschen seit der Antike. In der Ausstellung Heldinnen und Helden im Rosenheimer Ausstellungszentrum Lockschuppen erfahren Besucher alles, was HeldInnen ausmacht und warum sie so wichtig sind. Von Herkules über Superwoman bis Pippi Langstrumpf oder den modernen Helden des Alltags. 250 Exponate, Mitmachstationen und ein brandneues Medienkonzept machen die Ausstellung zum Erlebnis. Die Familienführung ist für Familien mit Kindern ab 10 Jahren. Start ist am Sonntag um 10.30 Uhr an der Kasse im Loch Schuppen. Eintrittspreise auf lochschuppen.de Größte Kirche, höchste Kirchtürme. Die Münchner Frauenkirche ist zu Recht das Wahrzeichen Münchens. Denn die Frauendom, wie sie auch heißt, ist Ziel einer Führung am Sonntagnachmittag mit exklusiven Zutritt zum Chorraum. Die Kirche mit den außergewöhnlichen Turmhauben hat eine wechselvolle Geschichte. Das Münchner Bildungswerk bringt sie Besucher näher. Treffpunkt für die Führung ist in der Kapelle des Nordturms. Die Teilnahme kostet 8 Euro. Anmeldungen unter münchner-bildungswerk.de Also Führung durch den Liebfrauendom am Sonntag um 14.30 Uhr. Ich wünsche Ihnen und Euch ein schönes Wochenende. Vielen Dank, dass Sie sich unseren Podcast MKR, das Magazin des Münchner Kirchenradios, angehört haben. Wir freuen uns, wenn Sie unseren Podcast abonnieren und in der Podcast-Alf Ihrer Wahl bewerten. Am liebsten natürlich mit 5 Sternen. Wir haben auch noch viele andere schöne Podcasts. Diese finden Sie unter münchner-kirchenradio.de und überall, wo es Podcasts gibt. MKR, wir machen Ihren Podcast. MKR, mehr Tiefgang für den Süden.